so hallo wenn man denkt es geht nicht mehr bescheuerter dann komplett alle wo man genau einen buchstaben raten muss das habe ich gedacht nehme ich mal kurz mit auf das ist ja in spätestens 26 sekunden durch vorausgesetzt ich brauche eine sekunde für einen buchstaben wir gucken mal es ist dass er muss ich kann nicht mal drücken muss ich muss ich auf die also muss ich kann ich nicht mit euch kann ich doch es ist nicht dass er schade p l m z u i o k g h j f d s a t wie viel pech kann man haben also also ich meine wahrscheinlichkeitstechnisch zumindest so nach der hälfte sollte ich dann so langsam mal kommen x c n okay da kann man sein glück testen finde ich super so dass uns gleich zu dem zu den schwierigeren dingen gehen wie zum beispiel nördl wir starten mit daily und dann machen wir super sagt so und dann machen wir noch irgendwas mit einem o und einem n ja komm wir machen coins weil das es ist zumindest nicht dass es kommt gar nicht vor das ist wieder blöd ach ist jetzt egal zack so okay gut und vielleicht noch ein wort wo die buchstaben noch ja komm wir machen noch ein wort wir lassen uns mal nicht lumpen machen noch ein wort wo ein paar buchstaben vorkommen die wir noch nicht haben zum beispiel ghost weiß und es ist doppelt aber das o lässt sich dann hier zumindest noch gucken ob es vielleicht da drüben liegt g und h kommt noch mit rein t kommt noch mit rein ist doch supi so okay gut wenn ich denke jetzt können wir dann mal versuchen wörter zu bauen so also ca dann irgendwas an der gut und irgendwo kommt noch 11 vor das ist noch ein bisschen wenig aber hier sieht schon besser aus wo kommt kein update danke wo kommt in der mitte vor h kommt irgendwo vor t kommt irgendwo vor r kommt irgendwo vor ja okay es ist vielleicht noch nicht so ganz optimal tro lässt sich tro irgendwie kombinieren mit den dingen die noch da sind also tro und jetzt mal gucken Gal bark gibt es nicht top gibt es nicht trop gibt es nicht trof gibt es nicht trof BigQuery wüsste ich auch nicht was es sein soll địhim flirting Magnus gibt es nicht trof给 Buz그래in also so schon mal nicht also tr es schon mal eher weniger ein punkt ist aber t h kann es nicht anfangen weil das h ist ja nicht an der zweiten stelle es könnte ja halt auch irgendwas dazwischen sein und dann kommt th so th könnte es aufhören th könnte es aufhören aber ja dann kann natürlich der erste buchstabe auch da der unbekannte buchstabe sein zum beispiel dann sowas wie keine ahnung groß oder groß ok braucht gäbe es gibt es das mit w auch so wort das gibt es auch das sind aber wahrscheinlich die einzigen zwei die es gibt denk mit froh mit f okay okay fbw sind schon viel zu viele möglichkeiten gut wissen wir aber bescheid ich denke das wird irgendwas roth sein so das hier war richtig wir haben noch ein e wir haben noch ein ende das ist noch nicht so viel aber hier haben wir d und a und u und t wobei das t nicht am ende ist okay was ist mit datum ich probiere jetzt mal datum aus weil dann haben wir das m auch noch mit drin und außerdem das t und das u an anderen stellen ok t würde hier nicht viel bringen ja hier wird es auch nicht so viel bringen ja ich probiere mal aus ok es war datum und wir haben hier gewonnen sehr schön wir haben hier gewonnen gut ja das ist wenig in der mitte ist wie gesagt war klar ja das lässt sich leider nicht ändern so dafür haben wir hier im ausgeschlossen hier haben wir jetzt auch im ausgericht aber hier wollten wir rot haben und zwar bw oder f das sind leider noch drei buchstaben das sind leider noch drei buchstaben und die sind alle noch nicht draußen bw oder f so aber jetzt gucken wir mal hier weiter denn wir haben jetzt oenm und o und e sie liegen schon fest das ist doch schon mal ganz stark money money wäre denkbar bringt mich leider mit meinem ding hier vorne nicht weiter aber wer mal was was ich denke ich ausprobieren müsste ich muss es ausprobieren hier bringt es mich auch nicht weiter also wenn es das nicht ist habe ich einen guest verschwendet scheiße hätte ich es ausschließen können nena ich glaube nicht oder y y war schon draußen f f ich weiß jetzt aber dass m in der mitte ist ach aber f man jetzt müssen die jetzt müssen die nächsten scheiße jetzt müssen die nächsten gases sitzen ok das habe ich versaut ok das habe ich versaut ach ich habe auf das y nicht geachtet ja das habe ich doch sonst versaut ok o m e o m e leider weiß ich noch nicht ob das n vorn oder hinten ausgeschlossen ist a woman wäre denkbar dann hätten wir auch das w oben kontrolliert aber das problem ist wenn es das nicht ist bin ich raus es würde halt auch noch nomen gehen zum beispiel na no man würde auch noch gehen so sind halt 2 n und 2 n sind nicht ausgeschlossen theoretisch will nur kurz dazu damit sagen dass das auch möglich wäre wahrscheinlich gibt es noch mehr wörter die möglich sind ich probiere wo man scheiß drauf es hat getroffen ok damit ist das w hier raus das w ist hier raus so jetzt habe ich jetzt wird es aber hier der bahn anders kritisch ca und ein l kommt vor machen wir mal l hier hin ok l da ist komisch ok cabal wäre ein wort was es gibt das ist auch schon wieder kritisch aber damit hätte ich das b dann zumindest kontrolliert aber wenn es cabal nicht ich muss ich muss ich muss es probieren cabal ist bisher nicht ausgeschlossen b ist noch nicht raus l ist dabei nicht an der stelle c und a ist an der richtigen stelle könnte halt ein zweites a sein ja komm es hat getroffen und damit ist b hier auch raus und jetzt muss ich jetzt muss ich gucken wie viele möglichkeiten es jetzt gibt rot zu bilden also froth gibt es gibt es also welche gab es noch rot gibt es nicht okay das gut dort wird es auch nicht geben mit v bitte nicht okay gibt es nicht mit q bitte auch nicht okay gut okay gut 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 okay dann ist es froh nice oh mein gott yes also weiß ich heißt es frost oder so ne froth weiß ich nicht puh das war das war echt glück dass wir durch die wörter hier das w raus bekommen haben hier haben wir das b raus bekommen aber das war schon ganz schön ganz schön das war schon ganz schön ganz schön okay gut englisches würdel zack ich start mit froth so stabil t ist dabei t ist da hinten äh 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 noch nicht ausgeschlossen zwei t wären denkbar okay nur ein t aber das a haben wir gewonnen sehr schön ähm 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 manta manta wäre was was ich testen könnte ob ein zweites a am start ist zum beispiel Nein, aber es ist ein N am Start. Aber nicht da in der Mitte. Okay. Näh. Napp, nappt, naft, nat, nest, nesty. Das wäre ein denkbares Wort. Bisher nicht ausgeschlossen. Okay, es ist nesty. Schön. Da war ich mir noch unsicher, ob das ein Wort ist, was ich überhaupt ausprobieren sollte. Aber es war tatsächlich auch das gesuchte Wort. So. Zack. Frost. Okay, S und T gewonnen. Dann sagen wir mal, wir starten mit ST. Ah, wir starten. Nein, wir starten nicht. Wir... Wir stoppen. Nein, stoppen tun wir auch nicht. Wir... Wir haben einen Stand. Okay, es ist vorne, aber T nicht. Wir haben also kein ST. Schade. Ähm. Dann haben wir die Sucht. Nein, kein Tee hinten. Kein Tee hinten. Dann haben wir... Keine Sucht. Die Sicht. Äh, ist wieder Tee hinten. Mann. Das eigentliche Problem habe ich damit gar nicht gelöst, nämlich dass das Tee wieder hinten war. Äh, dann haben wir... Mh... Spät. Nein, das ist das Tee wieder hinten. Mann, ich will das Tee nicht hinten haben. Dann haben wir... Äh, nein. Wie kriege ich das Tee denn da jetzt unter? Sud... Sitte. Sitte. Sitte ist noch nicht ausgeschlossen. Sitte ist noch nicht ausgeschlossen. Oh mein... Also manchmal bin ich schon auch ein bisschen erstaunt, wie gut ich, äh, einfach raten kann. Weil manchmal hat man einfach Glück. Äh, da hätten wirklich noch mehrere Wörter. Also, schön. Schön, 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 schön. Soll mir sehr recht sein. So. Damit haben wir die ganzen Wörterdinger durch. Jetzt kommt noch ein Nerdly. Nördel, Nördel, Nördel. Ähm... 100... 23... Minus... Äh... Ne, das funktioniert nicht ganz. Ne, das funktioniert gar nicht. Das klappt schon überhaupt nicht. Okay. Äh, zurück. Ich will immer so ein bisschen individuell anfangen und schaff das nicht vernünftig. Also, dann... Äh, was machen wir denn? 108... Minus... Jetzt haut's hin. Pass auf, pass auf, pass auf. Obala, nicht minus, plus. Äh, minus, 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 minus. Ne, mit 108 ist schon wieder schlecht, bin ich schon zu hoch. 105. Minus... Minus... 98... 98... Ist gleich 7. Ich habe sechs unterschiedliche Zahlen drin. Ich habe ein Minus und ich habe das Ist gleich ganz hinten. So. Und ich will ja möglichst viele Zahlen kontrollieren. Und ich will es immer ein bisschen individuell machen. Ich will nicht immer das Gleiche machen. Okay. Das Minus ist an der richtigen Stelle. Wir haben ein Minus. Das Ist gleich ist nicht an der richtigen Stelle. Das bedeutet aber jetzt schon, dass wir eine zweistellige Zahl haben, weil das Ist gleich muss dann hier sein. Na, da wo jetzt die 8 steht, muss das Ist gleich sein, weil ich kann ja nicht Minus ist gleich schreiben. So. Und die 8 steht ein Mal. Weil ich kriege sonst kein zweistelliges... Nehmen wir an, es wäre hier eine dreistellige Zahl vorne. Die kleinste dreistellige Zahl vorne, die möglich ist, ist die hier. Und da kriege ich nichts abgezogen, sodass ich auf ein zweistelliges Ergebnis komme. So. Funktioniert nicht. Also muss da vorne ein Mal sein. Denn auch mit einem Plus würde das nicht funktionieren. Das Größte, was ich vorne zusammenzähle, könnte wäre 4 plus 6. Und jetzt ziehe ich aber schon ab. Ja. Und es muss ja was rauskommen, was zweistellig ist. Also geht auch nicht. Also muss da ein Mal sein. Und wir bleiben einfach mal bei 4 und 6. 4 mal 6. Was könnte ich abziehen? Jetzt habe ich 24. Okay. Ich muss ja was bilden können damit. Minus 4 wäre 20, geht nicht. 0 ist weg. Minus 3 wäre 21, geht nicht. Minus 2 wäre 22. Es wären halt lauter Zweier, aber es wäre aktuell noch möglich. Insofern probieren wir das einfach mal aus. Das wäre aktuell möglich. Das ist nichts, wo man sagen kann, es wäre nicht klar gewesen, dass das nicht geht. Wir nehmen nicht die 4 mal die 6. Dann nehmen wir 2 mal 6 geht auch nicht. Dann müssen wir 3 mal 6 nehmen. Jetzt muss es aber klar sein, weil 3 mal 6 ist 18, minus 2 ist 16. Wait, das funktioniert. Wait, was? 6 mal 6 minus 2. Ah, 34. Ja, 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 ja. Ja, 6 mal 6 minus 2 ist gleich 34. Schön. Ein schönes Nördel. So, prima. Okay. 17 Minuten haben wir gerade mal. Heute geht es ja richtig fix hier voran. Gut, dann jetzt das, was vielleicht manche skippen werden. Wir gehen ganz kurz in Semantel rein. Wir haben aber auch nur noch Semantel und Global und, ja, theoretisch noch Squirtle. Aber Squirtle, ja, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht mache ich mir ganz kurz schnell ein Poké-Wiki auf oder sowas. Mal schauen. Wenn, dann mache ich es ganz am Schluss. So, jetzt erst mal schnell Semantel. Semantel. Zack. So, habe ich gestern eigentlich gespielt? Was war es gestern? Ach ja, suitable, genau. Das war der Quatsch. Okay. Ja, ich probiere einfach mal kurz wieder ein paar Sachen. Was weiß ich? Piano. Suitable. Super. Good. Detective. Also, am Anfang hatten wir wirklich überhaupt keine Idee, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Na, äh, school. People. Country. Garden. She. Woman. Okay. Man. Okay. Wird nicht besser. Man. Okay. Ähm. Ähm. House. Hm. Adventure. Okay, dann nicht. Quiz. Show. Hm. Teacher. Of. Math. Numbers. Semantel. I don't know the word semantel. Ich meine, ja, aber. Hihi. Es kennt sein eigenes Spiel nicht. Find ich gut. Ähm. Nearest. Ich tippe jetzt einfach mal ein paar Wörter von da oben ab. Null. Ten. 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 Okay. Bekommen bisher nicht wirklich voran. Puzzle. Today. Today. Tomorrow. Okay. Wer schafft den schlechtesten Guess? Tomorrow. Okay. Ähm. Was habe ich noch gar nicht gemacht? Ich habe noch kaum Adjektive. Hot. Cold. Icy. Äh, icy wollte ich schreiben. Warm. Close. Okay, dann nicht. Getting. Driving. Ich, in welche Richtung bin ich noch nicht gegangen? Äh, Worker. Work. Bisher absolut nichts, nichts Brauchbares dabei. Winter. Summer. Spring. Autumn. Pyramide. Pyramide. Nicht mit E. Hm. Chemistry. Hm. Subject. Puh. Past. Future. Ich komme überhaupt in nichts Game. Smartphone. Ich komme in nichts. Smartphone. Handy. Alpful. Ne, ich krieg keinen, ich krieg keinen Balken heute. Ich krieg heute keinen Balken. Crime. Letter. Letter. Writing. Artist. Art. Ich bin langsam, äh, lower. Higher. Mountain. Wie spielt man diese, also wie kommt man, wie spielt man diese, ich war. Ich bin schon in ziemlich viele Richtungen gegangen, aber natürlich doch lange nicht in alle. Das ist klar. Car. Okay, Car ist bisher der beste Versuch. Truck. Oh, okay. Jetzt, 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 jetzt haben wir hier eine Richtung. Traffic. Street. Taxi. Oh. Okay, Car Truck. Ich ist noch nicht stark. Warte, Truck Driver. Nee. Aber Truck ist ja das stärkste. Noch nicht stark, aber das stärkste. Was nichts heißen muss. Das heißt ein Traktor. Traktor, oder? Ah. Bus. Okay. Irgendwie sind es keine Fahrzeuge. Schade. Car Truck. Ich meine, sonst wären die wahrscheinlich auch mit Nierist. Aber das nächste hat eine Similarity von 39,29, also. Und im 1000 nächsten bin ich noch ganz schön weit weg. Leider. Passenger. Also wenn ich bei 100 noch keinen Balken habe, höre ich auf. Truck. Tank. Tank. Truck. Vielleicht denke ich auch jetzt in die falsche Richtung. Was heißt denn liefern? Send. Oh, ich habe hier, oh shit, ich habe den Lowercase-Ding nicht angemacht. Oh oh, habe ich damit versaut? Weiß es nicht, hoffe nicht. Truck. Das heißt den Anhänger. Naja, aber das ist, ich, 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 ich denke jetzt schon zu sehr in nur eine Richtung, obwohl ich noch nicht mal, auch immer cold eigentlich bin sogar. Truckstop. Aber wie ich, ich denke zu sehr in nur eine Richtung. Er ist zwar in diesem Bereich unterwegs bei der Similarity, aber das ist noch ein lange nichtiges, wo ich nicht will. Okay. Police Car. Internet. Okay. Fire. Ambulance. 15, also irgendwie sind in diesem bereich 15 rum so größere fahrzeuge angesiedelt aber ich weiß nicht warum die sind ja noch nicht mal die 1000 nächsten doktor doktor ist ok warte hospital ok wir nähern uns wir nähern uns jetzt jetzt geht es in eine richtung hospital patient es schreibt man anders oder ist zählt aber krankheit disease oh corona ok disease virus ok aber wir haben in balken wir haben in balken leute was heißt ein krebs hier cancer ok wir gehen wirklich in richtung krankheiten also death ok death ist wieder cold pain pain ist auch noch aber wir haben balken wir haben balken cancer disease virus hatte ich schon corona virus finde ich jetzt wieder krass dass corona virus 24 hat und corona selbst hat 17,76 covid gut gut ist in ordnung ich lasse ich lasse corona in ruhe cold ane cold hat man schon als als adjektiv was heißt gebrochen ja ich mein broken aber es gibt noch ein anderes wort für ähm fraktur fracture karte cancer operation operation nee also wir gehen wirklich in richtung von krankheiten disease cancer was gibt es denn noch so embolie wie schreibt man das ich hab keine ahnung ich habe keine ahnung wer das schreibt ich hoffe dann das ist es nicht okay das wäre es wahrscheinlich gewesen mhm cancer treatment hatte chemotherapie allgemeinmaltherapie okay das war noch stärker allgemeinmaltherapie okay aber hier okay therapie selbst ist nicht stark aber chemotherapie schon hä machen wir mal nur chemo ist das dann stärker oder schlechter okay das ist so okay das kommt dieses fragezeichen weil es halt so umgangssprachlich nur verwendet wird jo was gibt es denn da noch so jetzt für begriffe also ist mir fehlen ja praktisch 500 begriffe nach oben chemo chemotherapie aber an sich wir sind kurz vor der 100 ich habe gesagt wenn ich bis 100 keine keine balken habe ich habe jetzt balken aber ich glaube nicht dass ich noch weiter nach oben komme außer ich müsste sehr sehr lange und sehr viel überlegen ich bin an sich immer dann schon zufrieden wenn ich balken habe weil ich dann in die richtige richtung getroffen habe irgendwann chemotherapie trotzdem wird es mich halt gerne schon mal reizen ist auch zu schaffen aber chemotherapie und soll das noch führen cancer disease chemo wohin könnte das noch führen röntgenstrahlung wie heißen das mrt ihr kennt das so nicht oder warte hier betäubung narkose narkose schreibt man das so nee narkose wie schreibt man narkose scheiße vielleicht doch so nee auch nicht aber wie schreibt man denn narkose mist oh hier äh die ganze medizin und so habe ich noch nicht pille medizin medis wie schreibt man medicine so irgendwie ja es ist aber nicht schade chemotherapie warum ist das denn so stark und cancer was heißt denn genesen also health allgemein gesundheit aber das kann ich mir nicht vorstellen narkose healthy nee ist noch schwächer hm 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 na ich denke ich bin nah genug rangekommen also bin ich nicht aber ich habe einen balken ich habe einen balken das soll mir genügen auch wenn ich natürlich schon gerne noch mehr weiterkommen würde aber wir sind jetzt glaube ich bei einer halben stunde oder so ja gut geschätzt insofern gehen wir hier raus give up zack die lebe okay es ging um organe okay in die richtung organe wäre ich glaube ich so schnell nicht gegangen aber ja klar wo kann man krebs haben hm ja es ging in die richtung organe okay alles klar alles klar ja dann ist auch klar was so die nieresten wörter sind halt andere organe ja kidney livers lang ja 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 okay sehr sehr fachspezifisch hier heute unterwegs da hätte ich noch also da hätte ich mir noch vieles einfallen können aber ja nee sinus hätte ich sinus einfach probiert wäre ich dann bei cosinus gelandet als nächstes und bei mathe hätte mich dann gewundert was los ist hepatitis okay verschiedene krankheiten noch durch probieren dass wir alles noch nie wäre nicht näher gewesen näher wäre es nicht gewesen wir waren schon mit kern so waren wir schon knapp an der hälfte oh testes okay ja aber also ihr seht selber ne wilde begriffe gut so dann hoffe ich jetzt dass ich auf die global seite gehen kann ohne dass mir alles abschmiert global okay so so funktioniert das dann muss nämlich der globus nicht erst laden so äh ich will hallo mystery counties portugal ich will aber neu starten hatten wir doch schon muss ich aktualisieren dann aktualisieren wir halt nochmal so nein ich hab die musik ich hab schon wieder die musik vergessen ach mist es tut mir leid ich wollte doch musik anmachen kumo in den nächsten folgen ah mist ich hab die musik vergessen okay wir starten mit portugal okay da haben wir schon eine farbe jetzt ist die frage in welche richtung geht das weiter germany okay es wird dunkler ähm belarus es wird noch dunkler wascha wascha ist auch sehr dunkel okay also das riesige wascha ist auch sehr dunkel aber wir gehen in die richtung weiter dann probieren wir mal japan okay dann ist nicht der hintere teil von russia sondern der vordere teil sozusagen noch das dunkle dann sind wir irgendwo hier unterwegs ukrain wie schreibt man das ukrain ist noch dunkler ist es aber auch nicht greece greece äh türki wobei greece ist ja wieder nicht so dunkel also wahrscheinlich eher da als da also türki eher nicht ähm hongary mazedonien mazedonien wie schreibt man das mazedonien hat das jetzt angenommen ich aktualisiere die seite kurz es hängt wieder alles ist mazedonien jetzt hier markiert nee jetzt hängt schon jetzt hängt schon wieder neuer versuch mazedonia country already guessed ja aber herr bin ich doof oh shit was ist denn da noch jetzt blamier ich mich hier wieder scheiße ähm oh gott was ist denn da noch ha ach mazedonien war ja ich bin ja dumm das war ja nordmazedonien bei oh stimmt north mazedonia das zählt als gegest okay meinetwegen jetzt hängt die ich kann schon wieder nichts mit was ist denn das ah das war ja es war dumm was ich da gemacht habe ähm ach was ist denn da zwischen umgang und ukraine scheiße äh ah was ist denn da ich muss eine karte aufmachen ich komme nicht drauf es tut mir leid ich muss eine karte aufmachen ich will ich will das land hier den namen von dem haa was ist denn da will keine karte aufmachen ich will drauf kommen gibt's doch nicht ich muss es doch wissen ich hab doch man ist doch europa oh mein gott ich bin ja blöd bulgaria bulgaria es ist genau dazwischen was ist denn da dazwischen mist genau da dazwischen ist das lösungsland gott was ist denn da da bin ich doch auch in geogässers so oft durchgefahren oh ich ist das unangenehm ist das unangenehm oh ist das unangenehm oh 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 ich komme nicht drauf ich komme nicht drauf was unter der verfluchten ukraine ist obwohl wir die ganze zeit jetzt in den nachrichten haben und ich jetzt schon so oft das land gelesen habe was da drunter ist wahrscheinlich habe ich es einfach zu oft schon gelesen ich komme nicht drauf das kann nicht wahr sein ich muss ich muss eine karte es tut mir leid ich brauche eine karte es tut mir leid ich brauche eine karte ähm ja 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 jaja wie schreibt man das jetzt moldavia invalid country name ach wie schreibt man das denn Moldau irgendwas Moldova? Irgendwieso? Gott, wenn ich wüsste, wie man den Mist schreibt Moldova? Nee, wie schreibt man den Moldawien? Okay, Moment, Google Moldawien Englisch Moldova? Habe ich nicht gerade Moldova geschrieben? Oh, Moldova Wie so ein Maulwurf vorne dran Das ist es nicht Was ist denn da noch? Nein Das ist es nicht Okay, lasst mich mal kurz die Länder durchgehen Hier ist Tschechien Polen Weißrussland habe ich schon hier gemacht Dann haben wir da Na klar Österreich Ungarn Kroatien Bulgarien Rumänien Wie schreibt man Rumänien? Rumänien Rumänien Romania. Habe ich nicht... Was habe ich denn gerade geschrieben? Habe ich nicht Romania... Was habe ich denn geschrieben? Ah, ich habe Ruhe geschrieben, ne? Oh. Ja. Ach man, englische Landländernamen. Scheiße. So, okay. Ey, wir waren... Wir waren... Mit den Anfangssachen waren wir echt schnell und dann kamen Semantle und Global. Ich denke aber, dabei belassen wir es. Ich glaube, Poke... Wir gucken kurz, ob Poke-Dings von dem ersten Dings ist. Wir gucken kurz, ob das Poke-Dings vom ersten Gen ist. Aktualisieren. Äh? Ist es neu? Habe die jetzt hier neue Sachen gemacht? Jetzt zeigen die hier nämlich schon mal an, was es alles für Typen gibt. Okay, interessant, interessant. So, ich probiere Pikachu. Wie immer, Pikachu ist mein Start-Pokémon. Okay, es ist ne Gen höher. Es ist ne Gen höher. Ähm... Also nicht nur ne Gen höher, es ist... Ja. Dann... Gehen wir mal auf Hut-Hut. Das wäre dann eine Gen höher. Noch ne Gen höher. Dann gehen wir mal auf Freikwaser. Das wäre noch ne Gen höher. Gen ist richtig. Größe passt nicht. Typ passt nicht. Okay, wir sind in der... Wir sind in der... Hier, ähm... Saphir... Smaragd... Rubin-Gang. Da gab es zum Beispiel auch Grudon. Dann hätten wir jetzt den Feuer-Typ nämlich auch noch drin. Okay, auch kein Feuer-Typ. Dann gab es... Habe ich schon Wasser-Typ? Nein. Dann gab es da nämlich auch noch... Wie hieß denn dieses... Wie hieß denn dieser... Dieser... Dieses andere... Wie hieß denn dieses andere legendäre von den Gens? Äh... Rai Quaser, Grudon und Mann... Äh... Nicht... Nicht Mantix. Der hieß irgendwie anders. Wie hieß denn der blaue große Rochen? Warte, ich gebe mal Mann ein. Vielleicht kommt ja was, was ich brauche. Mantix? Mantix? Kommt das hin? Könnte es sein? Oh, falsch again. Scheiße. Waterflying. Aber ich glaube, das ist was anderes. Oh, wie hieß denn dieses Wasserviech? Ach, guck mal. Jetzt schmeißt es hier unten mir auch die Dinger. Okay, das ist jetzt schon besser geworden ein bisschen. Ähm... Oh, wie hieß denn der... Dieser riesige Rochen von Pokémon... Pokémon-Dings. Okay, lasst mich mal kurz hier... Äh... Pokémon... Liste. So. Zack. Perfekt. Das ist doch, was wir wollen. Und es hängt gleich alles. Perfekt. Oh mein Gott, weil der hier gerade drei Millionen Skripte laden muss. Moment. Ich muss mir mal ein paar Sachen zulassen. So. Okay. Also ich will in die... Ich will in die... Ähm... Ich will in die... Gen... Drei. Und ich will diesen Rochen. Diesen großen blauen Rochen. Müsste jetzt ja irgendwo gleich kommen. Da müsste jetzt gleich Grudern kommen. Genau. Und... Ach, Kyogre! Kyogre hieß das dumme Ding. Ups. Weil das ist ja auch ein Name, der ja auch im internationalen Namen geblieben ist. Ne? Die ganzen Legendären haben ja die internationalen Namen behalten. Kyogre heißt das Viech. So. Zack. Okay. Es ist immer noch kleiner und der Typ passt immer noch nicht. Aber wir haben noch viel zu viele Typen übrig. Das ist das Problem. Wir haben noch viel zu viele Typen übrig. Okay. Was gibt es denn noch in der... In der dritten Gen? Von Typen, die wir noch nicht haben. Ich würde jetzt mal was nehmen, wo ein Doppeltyp vorkommt. Ein Doppeltyp, den wir noch nicht haben. Gesteinkäfer. Nehmen wir mal Armaldo. Wobei Armaldo ziemlich groß ist. Wir nehmen mal Anorid. Wir nehmen mal Anorid. So. Zack. Hä? Was heißt denn das jetzt? Type in wrong position. Ah. Okay. Also ist das Pokémon, was wir suchen, vom Haupttyp Käfer. Und der zweite Typ ist aber nicht Fels. Und jetzt ist es aber größer als Anorid. Okay. Anorid. Haupttyp Käfer. Zweiter Typ unbekannt. Aber nichts von denen, die schon raus sind. Jetzt ist hier nämlich... Das Bug ist jetzt hier sozusagen, ne? Das ist ja okay. Aber wir haben auch nur noch einen Guess, ne? Wir haben einen Guess noch. Okay. Ähm. Haupttyp Käfer. Achso. Es könnte ja auch nur Käfer dann sein, oder? Also es könnte ja auch einen zweiten Typ gar nicht geben. Dann probieren wir doch einfach mal Illumais aus. So. Scheiß drauf. Aber von der Größe her... Von der Größe her... Illumais. Anorid. Pfff. Hm. Ich glaube, da ist Illumais auch nicht viel größer. Oder wenn ich jetzt mir nochmal Anorid angucke hier... Wo ist ein Anorid gewesen? Geißen. Welche Nummer waren das da? Na, wobei das ist so ein kleines Fossil. Illumais... Dingens. Wo ist es da? Ja, ist doch ein bisschen größer. Aber wir probieren Illumais aus. Wurscht. Heißt auch Illumais. Praktisch. Illumiese. I choose you. Schade. Es war Dustox. Dustox. Okay. Das weiß ich sogar, wie das aussieht, das Viech. Gut. Aber hätte tatsächlich keinen zweiten Typ gegeben. Ach ne. Das war der. Kriege ich jetzt hier so die Aus... Ah. Was wäre denn Dust... Lass mich mal kurz die Typen von Dustox. Hätte der noch einen zweiten Typ gehabt? Hätte der noch einen zweiten Typ gehabt, der Dustox-Guy? Dustox. Da ist Papinella. Und da in der Richtung ist doch auch Pudox. Da, genau. Dustox. Pudox. Genau. Käfergift. Okay. Käfergift. Gut. Ich denke, über das Poke-Wiki können wir dann schon so ein bisschen das hier auch immer mal mitmachen. Gut. Ich danke fürs Zuschauen und sage Tschüss.